Wir beraten keine Unternehmen, wir beraten Menschen. Unser Bestreben ist es, sie bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu unterstützen, indem wir mit ihnen zusammen die richtigen Lösungen, insbesondere auch die steuerrechtlich bestmöglichen Lösungen, erarbeiten. Neben der Steuerberatung bieten wir auch Unternehmensberatung, denn eine starke Konkurrenz erfordert eine eingehende Auseinandersetzung mit betriebswirtschaftlichen Prinzipien. Erwarten Sie maßgeschneiderte wirtschaftliche sowie rechtliche Lösungen. Das Team von Steuerberater Gerhard Abels freut sich auf Sie.